Der Thorsten Küchler Innovationspreis 2012 geht hier mit an Sony, denn man macht einfach mal ein Kart-Rennspiel mit LittleBigPlanet-Lizenz. Das gab es noch nie so was in der Art. Ne, auch so ein Rennspiel, bei dem man seine eigene Strecken und Karts und Fahrer zusammenstöpseln kann. Das gab es noch nie auf der ganzen Welt noch nicht. Auch nicht auf der PS3 und auch nicht von Sony und auch nicht von den gleichen Entwicklern. Denn auch das hier kommt von den ModNation Racers machen United Front Games, korrekt? Ganz genau. Und jetzt haben sie endlich mal das Angenehme mit den Nützlichen verbunden. Also sie hatten ja generell eine gute Idee mit ModNation Racers, bloß hatte das Ding nicht so wirklich für meinen Geschmack Seele und steuerte sich auch nicht so super. Das hier wirkt schon weitaus runder und sympathischer, weil diese LittleBigPlanet-Lizenz ist einfach perfekt gemacht für so ein Kart-Rennspiel. Weil die Sackboys sind so niedlich, weil der Editor aus LittleBigPlanet 2 ist genauso drin, mit genau denselben Möglichkeiten. Also kann man auch aus diesem Rennspiel was ganz anderes bauen. Fantastisch. Das klingt ja jetzt schon mal ganz gut, aber ich bin immer noch nicht überzeugt. Ne, und ich weiß auch nicht warum bei diesen Videoszenen sich die Spielfigur ab und zu in eine Dynamitstange verwandelt. Habe ich so nicht gespielt, aber ist auch nur ein Beispiel dafür, dass man ja auch mit den Regeln und mit den ganzen Mechaniken, die dahinter stecken, frei experimentieren kann. Schabernack kann man damit treiben. Ja. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass die Levels dadurch, dass sie wirklich selbst gebaut sind, nicht diesen austauschbaren Look für ModNation Racers haben, wo sie ja so selbst automatisch generiert werden. Tja, und so rast man dann zu acht durch die Gegend. Auch im Splitscreen, auch online und es gibt auch einen Battle-Modus, sehen wir nachher. Und es ist alles genau in demselben Look wie LittleBigPlanet. Also auch mit diesen kleinen Planeten, mit so einem Weltraumhub. Süß. Ja, süß ist es auf jeden Fall, wenn so ein Sackjunge in seinem Kart sitzt und ich mir aussuchen darf, wie das Kart aussehen soll. Genau, oder wie der Sackjunge aussieht. Und du kannst auch dieses Raumschiff, den Hintergrund anpassen mit der Zeit. Das wollten sie aber noch nicht zeigen. Das gab's doch aber im LittleBigPlanet 2 auch schon. Das hab ich nicht gespielt. Sorry. Das ist wieder mal ein Loch in deiner Kompetenz. Danke, Chef. Völlig zu Recht. Nicht das einzige übrigens. Sehr wohl, Chef. Kann ich denn eigentlich dann auch selber Zeug in den Editor einspeisen? Also jetzt zum Beispiel Fotos von mir oder so Sachen? Oder ist es wieder mal wegen Angst vor Penissen rausgenommen? Ich nehme es stark an. Es sollte gehen. Cool. Das macht nämlich dann richtig Spaß. Und dann kann ich nämlich dein Gesicht zum Beispiel auf meinen Sack Jungen draufkleben. Ach, aber bei mir kommt dann dein Gesicht irgendwo in den Stoßfängerbereich. Und dann spielst du immer so einen Spielmodus, wo man die Autos rammen muss. Ja. Ja. Um mein Gesicht zu zerdeppern. Ja. Unmöglich ist das. Ich nenne das dann Küchlerkegeln oder sowas. Vielleicht sollte man das mal vorschlagen. Oder wir brauchen das dann selber, wenn das Spiel draußen ist. Ja. Ja, das ist der angesprochene Battle-Modus. Auch dreist aus Super Mario Kart geklaut. Aber mein Gott, wenn man einen Fun-Racer hat, was will man groß anbieten? Ähm, ich fand's sehr positiv, dass sie uns das Ding haben schon spielen lassen. Denn so richtig fertig ist das Spiel noch nicht. Ähm, sowohl Fahrphysik als auch Kollisionsabfrage und einige Mechanik im Hintergrund und Framerate sind noch lange nicht fertig. Aber das ist alles, ähm, ja, das hat schon Hand und Fuß. Sie müssen noch viel Feintuning betreiben. Aber für Genre-Fans und Freunde der kleinen Sack-Jungen gibt's eigentlich nichts, was dagegen spricht. Jetzt ist wahrscheinlich die Hälfte der Zuhörer gerade wieder aufgewacht. Aber ich muss sagen, Klosten, äh, dieses Video ist dann doch lustiger geworden als ich dachte, einzig weil du mir das Wort Sack-Junge nochmal ins Gedächtnis gerufen hast. Alles dafür danke. Bitte.